Weltsangeln in der Steinpackung. Mit den richtigen Hilfsmitteln könnt ihr da richtig gute Fische fangen. Wir zeigen euch, wie es funktioniert. Genau in der Kante, am Anstieg, sitzt der Köderfisch. Jetzt das wichtigste Hilfsmittel, unsere Umlenker. Hier wird die Schnur über die Steine sicher umgelenkt. Bissanzeige anschalten. Und schon geht's los. Schon könnt ihr sicher in der Steinpackung Wälse fangen.